Über den Münzteichweg zum Luchberg geht es heute. Schöne alte Kopfseite. Schöne alte Kopfseite. Und Apfelplantagen über Apfelplantagen. Nicht nur am Bodensee, auch in Sachsen gibt es genügend Apfel. Was rein, jetzt kann man! Und vor uns die Landbäckerei Schmidt. Kuchen macht nicht dick, so er zieht nur die Falten glatt. Diese Bäckerei hat noch auf und kommt doch heute zu. Die Mittelmühle, guck mal, hier ist eine alte Mühle. Ach, das ist doch der Tillmann, den kennst du dort. Gut doch! Der Hochbeiner nicht kommt, aber wir haben ja unser Flugzeug mit. Geil. Schöne alte Kiste, ein Mühle. Schöne alte Kiste! Untertitelung. BR 2018 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 Das ist Elend fahren wir jetzt. Zwei Kilometer und hoffentlich wird es kein Elend. Elend könnte von da drüben kommen, in Form von Wasser. Zur Abwechslung geht es wieder über Stock und Stein durch den Wald. Oh jei, oh jei, oh jei, oh jei, was mache ich jetzt? Oh jei, oh jei, oh ja, oh jei, oh jei, oh jei. Ich muss so schieben müssen. Ich muss nur noch mitnehmen. Untertitelung. BR 2018 Oben lang. Komoot hat es doch gesagt, es kann sein, dass sie ihr Rad mal schieben müssen. Es war der Licht. Das ist das Schilder am Sommerbeest. Es blüht alles in aller Pracht. Musik Lange nähern wird uns heimatlich gefilmt. Musik 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 Musik